Nachdenkseiten Die kritische Website Lügen und Drohungen Die unglaublichen Reaktionen auf Oskar Lafontaines Nachdenkseitenartikel auf Twitter Ein Zwischenruf von Jens Berger In der letzten Woche veröffentlichten die Nachdenkseiten einen Gastartikel von Oskar Lafontaine, in dem er unter anderem an die Opfer des seit 2014 geführten Kriegs in der Ostukraine erinnert. Die Erwähnung, dass die Ukraine dort einen Krieg gegen die russischsprachige Bevölkerung führt, reichte einigen Prominenten aus dem transatlantischen Umfeld, um auf Twitter jegliche Kontenanz zu verlieren. Den Tiefpunkt setzte dabei einmal mehr der ehemalige ukrainische Botschafter Andrei Melnyk, der Oskar Lafontaine und seiner Frau Sarah Wagenknecht androhe, man werde sie schon sehr bald zur Rechenschaft ziehen. Derlei offene Androhungen von Gewalt gehören offenbar mittlerweile zu den guten westlichen Werten, die wir in der Ukraine verteidigen. Dass Transatlantiker die Nachdenkseiten lesen, ist zugegebenermaßen überraschend. Den Ball für den Shitstorm gegen Oskar Lafontaines Gastartikel brachte niemand Geringeres als Jörg Lau ins Rollen. Lau ist außenpolitischer Redakteur der Zeit und wurde in der Vergangenheit als Fellow vom German Marshall Fund gefördert, einer der auf Linie ist und schon fast 20 Jahre mit Inbrunst gegen Oskar Lafontaine, Lau Oskar Heider holzte. Nach der Lektüre von Lafontaines Gastartikel auf den Nachdenkseiten tippte Lau erst einmal beherzt in die Tasten und bezeichnete das Zitat über den jahrelangen Krieg der ukrainischen Präsidenten gegen die russischsprachige Bevölkerung in der Ostukraine mit 14.000 Toten als krasse Fake News. Twitter Zitat Jörg Lau Das ist, sagen wir es mal, diplomatisch erstaunlich. Schließlich sollte unstrittig sein, dass der ukrainische Staat seit 2014 im Donbass einen Krieg gegen die russischsprachige Bevölkerung führt. Zur Zahl der Opfer gibt es unterschiedliche Schätzungen. Die von Lafontaine genannten 14.000 Todesopfer sind dabei die Schätzung, die von offizieller Seite immer wieder genannt wird. So heißt es beispielsweise im offiziellen UN-Bericht der United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine Zitat mit automatischer Google-Übersetzung Das OHCHR schätzt die Gesamtzahl der konfliktbedingten Opfer in der Ukraine vom 14. April 2014 bis zum 31. Dezember 2021 auf 51.000 bis 54.000 14.200 bis 14.400 Tote, mindestens 3.404 Zivilisten, geschätzte 4.400 ukrainische Streitkräfte und geschätzte 6.500 Mitglieder bewaffneter Gruppen und 37.000 bis 39.000 Verletzte, 7.000 bis 9.000 Zivilisten, 13.800 bis 14.200 ukrainische Streitkräfte und 15.800 bis 16.200 Mitglieder bewaffneter Gruppen. Zitat Ende Diese Zahl wird übrigens auch von der ukrainischen Regierung verwendet und wurde bei mehreren Gelegenheiten aktiv kommuniziert. Verbreiten die UN und die ukrainische Regierung also auch krasse Fake News? Mit laus eigenwilliger Interpretation schwappte der Lafontaine-Artikel in die transatlantische Twitter-Blase. Dort wurde er dann unter anderem von Wolfgang Ischinger weiterverbreitet. Ischinger war früher mal deutscher Botschafter in Washington und London und leitete 14 Jahre lang die Münchner Sicherheitskonferenz. Aufgrund dieser Vita sollte man ja eigentlich meinen, erkenne die Grunddaten zum Krieg in der Ostukraine zumindest im Ansatz. Doch weit gefehlt. Stattdessen schwattroniert Ischinger auf Twitter von einer brutalstmöglichen Geschichtsverfälschung durch Lafontaine, der sich schämen solle, weil er ja die Fakten kennt. Twitter-Zitat Wolfgang Ischinger Krasse Fake News ist eine diplomatische Umschreibung einer brutalstmöglichen Geschichtsverfälschung seitens Lauska Lafontaine. Angesichts solcher Lügen bleibt einem wirklich die Spucke weg. Er sollte sich schämen, weil er die Fakten ja genau kennt. Twitter-Zitat Ende Welche Fakten mag Ischinger da meinen? Diese Fragen stellten ihn auch Kommentatoren auf Twitter. Die lapidare Antwort Ischingers Alles daran ist falsch. Na dann. Twitter-Zitat Unterschiedlicher Nutzer Was ist denn falsch an der Behauptung, dass seit 2014 die Ukrainer ihre russischsprachigen Mitbürger beschießen und töten? Wolfgang Ischinger Alles daran ist falsch. Ereignisse vom Februar 2022 als krasse Fake News zu bezeichnen, kann nur von einem nibelungen-treuen Transatlantiker kommen. Ein Blick in seine Vita reicht aus, um zu erkennen, wie der Herr tickt. Seit 2014 herrscht ein Krieg in der Ostukraine, der offiziellen Angaben zufolge bis Anfang 2022 etwa 14.000 Opfer gefordert hat. Was ist an dieser Aussage falsch? Welche Fakten denn, Herr Ischinger? Wer bitte hat Bomben und Granaten gegen die eigene Bevölkerung im Donbass eingesetzt? Wer dies tut, bevorzugt gegen Zivilisten besonders gerne und bis heute in Donetsk, hat keine moralische Integrität mehr. Alles Stimmte passt Ihnen nur nicht. Twitter-Zitat Ende Den absoluten geistigen moralischen Tiefpunkt der Debatte setzte jedoch einmal mehr André Melnick, der Lafontaine samt seiner Ehefrau Sarah Wagenknecht als die schlimmsten Komplizen von Kriegsverbrecher Putin bezeichnete und ihnen offen drohte, sie würden als solche noch zur Rechenschaft gezogen werden, und zwar sehr bald. Twitter-Zitat André Melnick Oskar Lafontaine und seine Frau Sarah Wagenknecht sind beide die schlimmsten Komplizen vom Kriegsverbrecher Putin, die als solche noch zur Rechenschaft gezogen werden, und zwar sehr bald. Twitter-Zitat Ende Das ist nichts anderes als ein unverholener Aufruf zur Gewalt. Sollte demnächst ein ukrainischer Patriot oder ein Verrückter aus dem grünen transatlantischen oder rechtsextremen Lager zur Selbstjustiz gegen Oskar Lafontaine oder Sarah Wagenknecht greifen, hätte auch Melnick Blut an den Händen. Es ist unbegreiflich, warum solche Hass-Posts, die zweifelsohne gegen das deutsche Gesetz verstoßen, überhaupt von Twitter geduldet werden. Noch unbegreiflicher ist es, warum die deutsche Regierung der Ukraine noch keine Protestnote geschickt hat. Immerhin ist der Hass-Prediger Melnick als Vize-Außenminister keine Privatperson, sondern ein offizieller Repräsentant seines Landes. Oder sind das etwa die gemeinsamen westlichen Werte, die mit deutscher Unterstützung auch in der Ukraine vorwärts verteidigt werden sollen? Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.